Hallo ihr Lieben, mein Name ist Hexe Sandra. Danke, dass Sie dabei seid. Viel Spaß mit dem nachfolgenden Video. Mit der 10 an sich sind wir jetzt überhaupt zahlentechnisch jetzt so richtig am Aufschwung. Die Kreuz 10 steht für Reisen, für die Ferne, für die Weite, Distanz, Urlaub oder Umzug ist auch Bewegung im wirklichen Sinne. Eben Urlaub, Umzug, auch berufliche Fahrten, aber wichtige Fahrten, entscheidende Fahrten zu irgendeinem Termin, der wiederum dann entscheidend ist. Distanzkarte, Ferne überwinden, die Ferne eben das Ausland anderer Kontinent, anderer Planet, sozusagen weit weg. Dann beim Herz. Große Freude, großes Glück. Die Dinge werden wieder rund, die kriegen eine Vollendung, sozusagen. Ist auch die Karte der vielen Herzen 10. Ist auch eine Gemeinschaftskarte. Kann Verein sein, Schulklasse, Lerngruppe, was auch immer. Da, wo viele zusammenkommen, das ist wichtig. Ob es jetzt eben Freunde sind, Kollegen oder so, einfach Gruppen, Gemeinschaften, aber auch Wunscherfüllung. Ja, auch großes Glück. Herzensangelegenheiten, die in Erfüllung gehen. Ja, hier ist alles. Dann Peak 10 umfasst hier einen Zeitraum bis zu einem Jahr. Ja, ist eine lange Zeit. Kann auch zum Jahreswechsel hin bedeuten. Also muss nicht als Zeitraum ein Jahr sein, sondern kann auch punktuell zum Jahreswechsel sein. Denk ich, kommt auch noch darauf an, wann schlussendlich gelegt wurde, wenn es jetzt ein Tag vor Jahreswechsel ist, eher dann der nächste. Weil wir ja bis zu einem Jahr haben. Das heißt, erst in einem Jahr und das ist dann der nächste. Also kurzfristig eher nicht gesehen zum Jahreswechsel. Ja. Es ist hier nicht der Zeitraum an sich, der überwunden werden muss, sondern er ist halt da. Das ist ein Jahreswechsel eben, wie ich gerade erklärt habe. Also es ist anders wie bei der Kreuz 10. Da haben wir die Distanz, die Weite, die Länge, die Ferne. Dann die Karo 10. Ja, das ist hier wieder mitten im Thema Geld. Ja, ist eine große und positive Karte für das Geld. Ist das große Geld überhaupt? Positive Bewegung an sich ist drin. Man hat ein gutes Auskommen. Man hat schon Reichtum, Wohlstand. Ja. Es sind solide Finanzen. Es ist nicht, dass man jetzt mal hier seine Millionen Euro wie im Lotto gewinnt und dann ist wieder Schluss, sondern sie sind solide. Man hat schon mal hier. Vielen Dank.